Weihnachten kommt auch, wenn gerade alles ein bisschen anders ist. Denn Weihnachten ist ein Gefühl. TV Westsachsen und seine Partner verschenken Glücksmomente. Ihr Adventskalender für einen Lichtblick, auch in schweren Zeiten. Ich bin die Cordelia Löw von der Kreativwerkstatt in Ebersbrunn. Ich habe immer mittwochs geöffnet von 15 bis 18 Uhr. Bei mir gibt es Dinge, die die Welt nicht braucht und wunderschön sind. Ich habe verkauft Tücher, fertige die selbst an. Für den Sommer, für den Winter. Und mein Sohn ist jetzt neuerdings ins Holzgeschäft eingestiegen. Und er macht diese wunderbaren Bretter. Die Bretter gibt es auch bei uns im Laden. Und für den Adventskalender heute Abend haben wir ein Tuch und ein Brett für Sie zur Verfügung gestellt. Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein richtig gutes, gesundes neues Jahr.